Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zu einem Let's Play mit Knights of Honor 2, Severin. Dieses Spiel habe ich euch schon vor einigen Wochen im Rahmen eines Angespielt hier auf dem Kanal vorgestellt. Außerdem gab es schon ein Ränkespiel Multiplayer-Stream mit Maurice, Sepp und Schuh Jocker. Zu dem Spiel, falls ihr das übrigens verpasst habt, könnt ihr das nachschauen auf meinem Uncut-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Und der erste Eindruck, der war wirklich positiv, sodass ich Lust bekommen habe, ein großes, ein richtiges Let's Play daraus zu machen. Und das startet jetzt. Falls ihr selber Interesse habt, das Spiel zu kaufen, empfehle ich euch meinen Keyshop-Partner Gamesplanet. Dort gibt es in der Regel die Spiele 10% günstiger, also die Steam-Keys könnt ihr dann bei Steam aktivieren. Bis zum 31. Januar gibt es das noch mit dem Rabattcode Ehrenstein noch etwas mehr vergünstigt. Mit 15% wenn ihr das eingebt während des Kaufprozesses. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann nutzt ihr den Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, um zu Gamesplanet zu kommen. Der Rabattcode ist für euch. Der Link ist meine Unterstützung. Vielen Dank dafür. So, und jetzt geht es auch gleich los. Ich muss zwei Dinge noch vorweg sagen, damit es vielleicht nicht falsche Erwartungen gibt. Als erstes, das Spiel hat ja, wie ihr wisst, neben dem, ich sag mal, Grand-Strategy-Kampagnen-Modus, den man kennt, hat es ja auch ein Echtzeit-Taktik-Element. Das heißt, man kann Schlachten selbst austragen. Ich bin kein Freund von diesen Geschichten. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht eräutern will, werde ich das nicht nutzen. Das heißt, ich werde ganz normal die Schlachten berechnen lassen, automatisch ablaufen lassen. Macht die Sache im Übrigen, glaube ich, auch tendenziell deutlich schwieriger nochmal. Also, wenn ihr jetzt scharf darauf seid, diese Echtzeit-Schlachten zu sehen oder das wichtig findet, dann werdet ihr leider in diesem Let's Play keine Freude haben. Das will ich der Fairness halber vorweg stellen. Zum Zweiten wird das hier kein Rollenspiel-Let's Play, weil ich glaube, das Spiel gibt das selbst nicht her. Es gibt zwar Charaktere, die haben auch so ein paar Eigenschaften, aber ja, das ist kein Crusader Kings. Das funktioniert auf einer anderen Ebene. Aber keine Angst, ich habe mir trotzdem, glaube ich, was Interessantes ausgedacht oder überlegt, was das für eine Kampagne werden könnte. Sie wird aber vor allem aufgrund der herausfordernden Situation, glaube ich, interessant werden. Ja, starten wir mal eine neue Kampagne. So, und gehen wir mal die einzelnen Einstellungspunkte durch. Siegregeln werde ich keinen kleinen Sieg einstellen, sondern ich will tatsächlich jetzt eine große Kampagne starten. Und wenn ich überhaupt in die Reichweite komme, zu gewinnen, ja, dann eben gibt es die Möglichkeit, Weltherrscher zu werden oder diese königlichen Errungenschaften zu bekommen. Und das finde ich tatsächlich ein interessantes Sieg-Konzept. Das kann ich euch im Spiel auch nochmal zeigen. Kennt ihr vielleicht schon. Also wenn überhaupt das in Reichweite ist, strebe ich diese königlichen Errungenschaften an. Das finde ich ganz spannend. Kleinen Sieg lassen wir aus. Also entweder wir werden relativ schnell untergehen oder wir kämpfen um das ganz Große. So, Startzeitalter lassen wir mal Standard. Schwierigkeit setze ich auf Schwer mit dem Wissen, dass schon normal in diesem Spiel ziemlich schwer ist, wie ich finde. Schwer macht es, glaube ich, richtig hart. Und meine Auswahl des Landes wird es gleich nochmal richtig härter machen. So, wir werden Königsreisgröße historisch, religiöser Status. Das lasse ich hier alles auf Standard. Anfangsklasse des Königs historisch, wobei unsere Wahl wird dann faktisch zufällig sein. Der Rest wird auch alles normal gelassen. So, was wähle ich jetzt? Passt auf, ich mache jetzt folgende Änderung. Und das finde ich ziemlich cool an diesem Spiel. Man muss nicht eines dieser historischen Königreiche wählen, sondern man kann auch nur eine Provinz wählen. Und die wird dann ein eigenes Reich. Und das will ich tun. Und zwar werde ich Gotland wählen. Wir werden jetzt also als Königreich Gotland spielen, was dann nicht logischerweise zu Schweden gehört. Allerdings Schweden wird es noch existieren. Das heißt, alle anderen Königreiche sind da, bloß man selbst spielt halt ein neues. Ja, das ist das Konzept. Und die Idee dahinter ist, dass auf Gotland, glaube ich, fest kodiert ist, dass dort ein Piratenhafen ist. Und auch wenn man das leider nicht so richtig ausspielen kann, spielmechanisch, stelle ich mir vor, wir sind so eine Art Piratenkönigreich. Und versuchen jetzt als wirklich winziges, schwaches Land irgendwie zu überleben. Und ob uns das gelingt, das ist sehr, sehr fraglich, sage ich gleich. Ich rechne eher mit einer Gesamtniederlage, aber die Ausgangslage ist irgendwie ganz spannend. Okay, und eben diese Ausgangslage gucken wir uns jetzt mal an und überlegen, wie kommen wir hier klar. Als erstes schauen wir uns aber erst mal an, was wir hier eigentlich regieren. Das ist teilweise auch immer zufällig. Und ich sehe gerade mit Schrecken, es gibt keine Burg auf unserer Insel. Das ist schlecht, das kann man jetzt schon mal sagen. Gut, ich versuche aber damit zu leben. Okay, was haben wir in Visby? Wir haben zwei Klöstergebäude, wir haben einen Getreidehof, das ist wiederum ganz okay. Drei Küstensiedlungen und den schon erwähnten Piratenhafen. Allerdings keine weiteren Ressourcen, auch die kommen häufig mal zufällig dazu. Das wiederum ist schlecht. Okay, gut, ja, das ist alles. Mehr haben wir nicht. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Versuchen wir es. Was ist unser Anführer? Okay, unser König ist ein Marschall. Das ist nicht das Schlechteste. Das ist sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Weil, wenn wir den König gleich verbessern mit seinen Fähigkeiten, bekommt er gleich Level 3 Eigenschaften. Und das ist gerade, wo die Kämpfe knifflig werden am Start, sehr, sehr hilfreich, wenn wir Marschall haben. Ich hätte mich auch über einen Händler noch gefreut als König, aber damit können wir auch klarkommen. So, König Stena ist unser Mann. Was diese Boni betrifft, bin ich mir gar nicht so sicher. Kampf, okay, stärkt hauptsächlich Moral aller Armeen und Garnisionstruppen. Gut, kann sein, dass es auch noch die Stadt betrifft, Diplomatie ist auch gut bei ihm. Okay, also man muss sagen, für das, was wir hier vorhaben, ist er schon ein sehr, sehr guter König jetzt. König Stena, Piratenkönig Stena. Ich glaube, er führt jetzt hier auch WISBI an. Genau, durch Stadthalter kriegen wir drei. Zwei Bücher kriegen wir durch die Kirchen, das ist schon ganz gut. Und ja, das ist mit dem Handel ein bisschen lahm. Durch Stadthalter plus drei Einberufung, das wird noch nicht so ein Thema sein. Okay, ich denke, als erstes müssen wir uns überlegen, wie oder anschauen, wie ist die diplomatische Lage? Und was sind jetzt eigentlich unsere Ziele? Wie können wir hier überleben? Dazu muss man sagen, in diesem Spiel kann man nicht so richtig friedlich vor sich hin existieren. Man wird mit größter Wahrscheinlichkeit relativ schnell angegriffen von irgendwem. Und da hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wer uns zum Ziel auswählt. Wenn es Schweden ist oder Dänemark ist oder Novgorod ist, dann könnte das sehr, sehr schnell hier vorbeigehen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass Schweden und Dänemark sich selbst bekämpfen und uns in Ruhe lassen. Polen hat hoffentlich auch andere Sorgen. Das bedeutet aber auch, dass wir so schnell wie möglich irgendwie wachsen müssen und irgendjemand anderes erobern müssen. Und da gibt es tatsächlich zwei potenzielle Ziele. Und zwar einmal Semgallen. Semgallen ist aber schwierig, weil sie Litauen als Freund haben. Das ist schon ein Problem. Noch besser ist Sarema. Das ist ja auch eine Insel. Die haben gar keine Verbündeten. Und das müsste unser erstes Ziel sein. Das Coole daran ist eigentlich auch, passt wie ich finde, rollenspielerisch ganz gut. Das Gute daran ist, dass das, glaube ich, auch, genau, ist nämlich auch eine Pirateninsel. Im Übrigen, die haben es gut. Die haben Rinder und Schafe. Also ein Grund mehr, die zu erobern. Und, ich weiß nicht, die sind ähnlich groß wie wir. Die haben fünf Einberufen. Das wird noch keine so große Rolle spielen. Die haben allerdings eine Burg. Das ist schlecht. Ja, also Ziel muss es sein, schneller so stark zu werden. Also wir müssen einfach schnell eine größere Armee haben, als Ahrensburg eine Armee hat. Wobei man wissen muss, dass die in der Verteidigung halt immer noch Stadtmilizen bekommen. Und das ist alles ein bisschen heikel. So, das ist das eine. Also wir müssen relativ schnell eine große Armee aufbauen. Das Problem dabei sind die Nahrungsmitteleinnahmen. Denn die Armee braucht Unterhalt. Und um eine Fullstack-Armee zu anbauen, braucht man, glaube ich, zehn Nahrung. Das zweite Problem ist natürlich immer Gold. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Das heißt, das ist das zweite Ziel. Nebenbei anständig Gold zu verdienen. Und das wird in der Regel erstmal über Handel laufen müssen. Gut, das sind die ersten Vorüberlegungen. So, jetzt das nächste ist, können wir unseren König verheiraten? So, da gibt es hier so eine Heiratsübersichtskarte. Die Länder, die straffiert sind, die kommen gar nicht in Frage, weil es da keine Kinder gibt. Aber auch häufig kommen andere Länder nicht in Frage, weil es keine erwachsenen Kinder gibt. Also erwachsene Nachkommen, das sind alles Kinder. Dänemark wäre gut, Pommern, Polen, alles nur Kinder. Es gibt auch so den Status Jugendlich, aber ich glaube, am Anfang starten die immer als Kind. Bin mir nicht ganz sicher. Also in der Nähe sehe ich jetzt hier nichts, was möglich ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Das Blöde ist, wenn man zu lange wartet, dann verheiratet sich der König automatisch, was ärgerlich ist. Weil so hätte man noch irgendwie einen diplomatischen Vorteil aus so einer Heirat. Also im Moment ist hier nichts zu holen. Oh, warte mal. Kann man an den anderen Herrscher, kann man glaube ich nicht heiraten. Sie ist schon verheiratet. Achso, das ist ja Quatsch. Das ist ja gar kein Herrscher. Das ist ja nur die Ehefrau. Na gut, dann bleiben wir erst mal ohne Frau. Was bleibt uns übrig? So, ich muss, also dieses, die Kartenmodus ist echt nervig. Man muss hier doppelt draufklicken, um zurückzukommen. Oder gibt es noch irgendwie einen Shortcut? Weil mit Escape geht es ja nicht. Das hat mich schon immer gegründet. Oder reicht es hier? Ah, einfach auf den jeweils Aktiven nochmal draufklicken. Okay, merke ich mir. So, da können wir jetzt erst mal nichts tun, diplomatisch. Aber was wir bräuchten, wäre ein Handelsabkommen. Damit wir ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt stellt sich die Frage. Überhaupt müssen wir uns vielleicht mal die Haltungen der anderen Länder anschauen. Schweden ist, sieht die Finnen als Bedrohung? Okay, da oben wird es vielleicht Krieg geben. Norwegen und Dänemark sind Freunde. Ja, okay. Schade, ich dachte, die bekriegen sich. So, Dänemark hat Pommern als Vasallen. Dänemark sieht Novgorod als Feind, weil sie, glaube ich, hier oben noch irgendwelche Besitztüme haben. Ja, okay. So, Norwegen ist befreundet mit Schweden. Novgorod ist verfeindet mit Dänemark und Polack. Litauen, befreundet mit Semgallen und dem liefländischen Orden. Ja, okay, gut. Polen, befeindet mit Preußen. Naja, okay, gut. Wir haben, glaube ich, gar keine Haltung, weil wir quasi so ein neu erschaffenes Land sind. Das bringt uns im Moment also auch noch nicht richtig weiter. So, aber das Entscheidende ist jetzt, kriegen wir jetzt irgendwie ein Handelsabkommen. Wie sieht es aus mit Schweden? Das wäre was Schönes. Handelsabkommen. Vielleicht in ein paar Jahren, König Stena, wenn Gotland seine Haltung verbessert, sagt Erik. Gut, Dänemark. Handelsabkommen. Mit dem erbärmlichen König Stena aus Gotland würden wir niemals Geschäfte machen. Na, danke. Kann man vielleicht auch hier direkt mal einen Nicht-Angriffspakt? Ja, okay. Ja, dazu sind wir einfach zu lächerlich schwach. Da würden die nicht von profitieren, nur wir. Wir fragen bei Novgorod an. Anbieten Handelsabkommen. Okay. Ja, ich merke schon, das wird nett hier. Anbieten Handelsabkommen. Okay, niemand will das. Wie sieht es aus mit den Pommern? Herzog Barnim. Anbieten Handelsabkommen. Uh, okay. Okay, puh, er sagt, er macht es, kostet uns 800. 800 ist eine Menge. Boah. Ich weiß gar nicht, ob das Verhältnis runtergeht, wenn ich jetzt ablehne. Aber das müsste ich, könnte man gleich mal ausprobieren. 800. Ich lehne mal einmal ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel erstmal Nicht-Angriffspakt, okay. Und wenn ich jetzt nochmal anbiete. Verdammt, ich habe es verkackt. Okay, echt? Okay, sie wollten es, aber durch die Ablehnung sagen sie jetzt nein. Na, großartig. Das habe ich ja toll gemacht. Litauen. Okay. Das ist schon mal der erste diplomatische Fehlgriff hier meinerseits. Was sagen die Finnen? Oh Gott, das wird ja, das wird ja schrecklich hier. Was sagen die Schotten? Ich hätte es mit Pommern machen sollen. Okay. Sie wollen, okay, jetzt lerne ich mal daraus. Ich würde sagen, wir machen das jetzt für 800. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns. Ich jetzt, ich jetzt gar keinen Vertrag bekomme, mache ich das jetzt. So. Die Kaufleute finden das toll. Meinung hat sich verbessert. So sei es. Was bringt das eigentlich an? Ne, die waren auf Minus. Gut, sehr schön. So, dafür brauchen wir natürlich jetzt auch noch einen Händler. Das nächste, was wir machen, für 200 Anheuern. Und wir werden mit, was? Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Hier, 8 Gold. Oh mein Gott. Die armen Schotten. Profit ist mein Leben. Ja, Profit ist aber nicht so doll, ehrlich gesagt. So, das war kein Auftakt nach Mars. Vor allem, weil uns jetzt wirklich auch das Geld fehlt, um ehrlich zu sein, um jetzt wichtige Ausbauten zu machen. Das ist bitter. Gut, wir nutzen aber trotzdem die Bücher, um ihn jetzt hier gleich mal zu verbessern. Belagerungskunst ist nicht schlecht. Bau von Katapulte ist schwierig, weil wir uns das nicht leisten werden können. Eiserne Faust. Das ist gut gegen... Okay, bringt gut mehr Plündern. Das passt eigentlich zum Piratenkönig ganz gut. Rebellen werden wir vielleicht erstmal nicht haben. Ansonsten, im Kampf selbst nutzt es uns eher wenig, um ehrlich zu sein. Navigation. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber auch irgendwie nicht so super wichtig. Wobei, da könnte man vielleicht... Ich habe keine Ahnung. Offenbar gibt es auch einen Kampf auf See. Armeemoral auf See und Stärke auf See. Da könnte man vielleicht gegnerische Einheiten abfangen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, oder? Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wir machen das mal. Navigation. Jetzt bin ich mächtig und klug. Das passt irgendwie zu so einem Piratenkönig. Oh Gott. Also ich muss sagen, das ist ein katastrophaler Anfang hier. Ich habe es mir selber auch ein bisschen eingebrockt. So, das Problem ist, dass unsere Truppen, die wir jetzt hier anheuern können, super schwach sind. Ich will eigentlich gerne die nordische Miliz haben. Dazu brauche ich dringend die Dorfmiliz. Das kostet so ein 480. Das haben wir erstmal auf absehbare Zeit nicht. Insofern, und weil hier das immer dauert, eh neue Leute kommen, werde ich schon mal einmal nordische Bauern uns ranholen. Dann kann hier die Bevölkerung wieder steigen. So, das war's. Mehr mache ich jetzt erstmal nicht. Mehr können wir auch nicht machen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Der Händler wird jetzt hier sein... Ich mache auf schnell in diesem Moment. Wir werden das hier auch, glaube ich, mal ausklappen. Okay. Die Leafler haben Sarema schon den Krieg erklärt. Das ist doch das, was ihr erobern will. Oh Gott. Ja. Ein Plan nach dem anderen bricht hier zusammen. Ihr seid Zeugen. Verbot ich jetzt kürzesten Let's Plays auf diesem Kanal. Naja, wir werden sehen. So, diverse Kriegserklärungen. Wir sollten noch nicht so schnell betroffen sein. Dänemark hat Nofgorod den Krieg erklärt. Das ist insofern gut, dass Dänemark dann erstmal uns nicht ins Visier nimmt. Ja, und worauf spare ich jetzt? Das ist die große Frage, ne? Also eigentlich... So, er macht jetzt erstmal seinen Handel. Der erbärmliche Handel. Ja. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ein paar Profite. Plus 8 ist wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Ausländische Kaufleute aus Schottland sind jetzt auch bei uns. Die bringen jetzt nochmal zwei mehr. Das sehen wir hier über Handel. 8 unsere Kaufleute, 1,5 die Schotten. Boah, also in dieser Situation, man kann mit Gotland normalerweise schon 20, 30 Gold machen anstatt 8 oder 10. Ich hätte mit den Pommern handeln sollen. Das ist ein bisschen schade, dass man im Vorfeld nicht sieht, wie profitabel die Route wird. Oder ich habe es übersehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schweden hat dem Finnenreich den Krieg erklärt. Die werden dann vermutlich schnell erobert werden. Und ich hoffe, dass hier die ein bisschen standhalten. Ich würde das gerne erobern. Aber Gott, bis wir da sind, das dauert. So, wir haben 313. Ja, ich denke, wir machen die Dorfmilits. Oder? Ja, wir brauchen die... Ich will als nächstes schon die besseren Truppen ausheben. Das sind die Dänen, die jetzt hier bei uns vorbeifahren. Ja, und wir müssen darauf achten, wenn wir hier bessere... Wenn wir wieder 200 Bücher haben. Ich stehe euch zur Verfügung. Das ist halt die Frage, ob man da lieber dann den Kaufmann verbessert. Wobei, der hat auch keine tollen Geschichten. So, jetzt. Also, Behausung ist auch gut, weil hier über Aquädukte bekommt man Bevölkerungswachstum. Das braucht man wirklich massiv. Den Piratenhafen, da brauchen wir definitiv erstmal den Hafen. Der bringt... Das müssen wir auch bauen, weil wir die Nahrungsmittel brauchen. Wir bekommen genau hier über die Docks dann Nahrung pro Kustenlesung. Oder man macht halt Getreideanbau, was relativ billig ist. Das gibt uns dann immerhin auch 3 Nahrung. Nimmt aber einen wichtigen Slot ein. Aber wahrscheinlich ist das effektiver als der Hafen, was Nahrung betrifft. Ja, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Wir machen jetzt erstmal die Dorfmiliz. Wir haben aber ja echt ein Geldproblem. Muss man mal so sagen. Wir werden immer mal wieder gucken. Sieht man eigentlich, wie die Jahre hier verstreichen? Wo ist das denn hier nochmal? Oder sehen wir nur eine Zeit, die verstreicht? Nee. Ich sehe, glaube ich, keine Jahreszahl. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen. Okay. Gut. Jetzt können wir die nordische Miliz. Ihr seht von den Werten her. Ausdauer 100. Die haben Ausdauer 120. Nahkampfangriff 12. Der hat 9. Verteidigung Nahkampf 10. Der hat 5. Das ist schon enorm. Bloß tatsächlich beim Belagerungs... Nee, auch da sind sie besser. Also das ist in allen überlegen. Kostet halt 50 Gold. Das muss man mit bedenken. Wir werden gleich den nächsten hier ausbilden. Wir können direkt noch einen, aber das ist jetzt nicht entscheidend. So, was, wir müssen immer mal jetzt diplomatisch gucken, weil wir brauchen noch ein, wir brauchen noch ein Handelsabkommen. Warum darf ich das jetzt nicht mehr anbieten? Okay. Ah, sie haben schon ihre Kapazität ausgeschöpft. Das wird ja immer blöder. Polen. Ne. Ich muss es halt probieren. Das ist wirklich essentiell. Ich meine, wir können den Handel mit Schottland auch ausbauen, aber wir haben gemerkt, das ist nicht sehr lukrativ. Ja. Sieht alles nicht gut aus. So, was ist mit Preußen hier? Die Kaufleute im Reich kommen in eure Taten, Majestät. Ah, da haben wir tatsächlich ein Ohne-Geld bekommen. Das hätten wir vielleicht am Anfang schon kriegen können, aber ich habe es deshalb nicht gemacht, weil Preußen auch so ein potenzielles Ziel ist. Aber jetzt bin ich so verzweifelt, dass ich es tue. Und das bedeutet, wir können für 500 den nächsten Kaufmann uns gönnen, der dann eine zweite... Automatische Botschaft erreicht. Preußen verlangt, dass wir Polen angreifen. Sind die des Wahnsinns? Nein, das lehnen wir ab. Vergesst es. Die Welt steht euch zur Verfügung. Beziehung 97 durch den Handel, ne? Ist der verbessert worden? Sind die Beziehungen verbessert worden? Ja, gebe ich jetzt... Das ist die Frage. Also, man könnte ihn natürlich auch zurückrufen und einen neuen Handel etablieren. Bloß wir wissen nicht, wie viel Profit wir mit Preußen machen. Oder wir zahlen 500 für einen zweiten Händler. Ich tendiere fast dazu. Aber das zögert hier unsere Entwicklung enorm raus, muss man einfach mal sagen. So, wir haben aber wieder Bücher, um hier mehr zu machen. So, Führung 3. Das ist genau das, was wir brauchen. Drei Armeemoral. Hat außerdem noch einen netten Königseffekt. Königreich Einfluss ist tatsächlich für Diplomatie, glaube ich, ziemlich relevant. Und plus 15% Chance, Meinungsverschlechterung zu vermeiden. Auch eine gute Sache. Das werde ich insofern nehmen. Ich langweile mich. Der nur kein Hesen. Lasst uns kämpfen. Ja, ja. Armeemoral wird uns helfen. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. So. Für uns entscheidend ist, wie sieht es hier aus? Die sind im Krieg, glaube ich. Wo sieht man eigentlich den Kriegsstatus? Feind Sarema. Feind heißt aktiver Krieg, oder? Ich glaube, ja. Wir sehen das hier bei den Schweden. Okay. Also da läuft der Krieg. Und die Frage ist, wie gut läuft der? Aber ja, unsere Spione sagen uns da nichts. Wir sehen aber keine. Ja, wir sehen halt nichts. Die haben wahrscheinlich hier alles ausgehoben, was geht. Die sind aber auch schon auf 13 Bevölkerung. Das wird es für uns auch nicht einfach machen, dort irgendwas zu erreichen. Heftig. So. Oh mein Gott. Wir haben 600 Gold. Ich habe den Zeitpunkt verpasst. Wir brauchen den Kaufmann. Und der handelt mit Preußen. Gibt auch nur 8. Kostet aber auch nur 71. Aber ich glaube, je größer und reicher ein Reich ist, umso mehr Handelseinnahmen sind es, die man erhält. Na gut, das steigert das Ganze vielleicht nochmal um 10. Vielleicht, wenn die ausländischen Händler kommen. Dann sind wir bei plus 50. Das ist einigermaßen okay, aber auch nur einigermaßen. Und ehrlich zu sagen. Ja, okay. Handelsruhe ist da. Da sind wir bei plus 50. Okay. Gut. Das nächste, auf das wir sparen, sind, ist entweder der, ich denke, Getreideanbau, um jetzt hier mit den Nahrungsmitteln zurecht zu kommen. Oder Behausung, um danach Aquädukte zu machen. Okay, das ist irgendwo anderswo. Ein Kreuzzug gegen Huagla. Ein Berberreich. Dahin. Oh Gott. Dass man nicht rauszoomen kann, ist so nervig. Manche, oh Gott, wie sollen die da hinkommen? Naja, viel Spaß. Wir werden uns daran nicht beteiligen. So, aber was machen wir? Was machen wir? Man könnte sich überlegen, ob man Diplomat sich gönnt, um uns ein bisschen abzusichern. Das Problem ist, der kostet auch Unterhalt für die Mission. Und das können wir uns leider eigentlich noch nicht so richtig leisten. Getreideanbau bringt uns aktiv im Moment auch kein Gold oder sowas ein. Ja, die Behausung, glaube ich, mit denen starten wir mal. 290 können wir uns leisten. Und wir brauchen auf jeden Fall Bevölkerungswachstum. Das ist super wichtig. Halt, das muss hier schnell ansteigen. Und da helfen uns Behausung bzw. Aquädukte dann doch ganz gut. So, wir gönnen uns dann hier schon mal die nächste nordische Miliz. Und wir können ihn eigentlich auch schon mal zu den Waffen rufen. Wobei das ziemlich egal eigentlich ist. Ja, Preußen, ich werde Polen nicht angreifen. Vergesst es. Das ist eine idiotische Idee. Ich bin da nicht dabei. Ja, ja, ja. Wer macht eigentlich hier den Kreuzzug? Provence. Aha. So. Also, die Behausung bringen jetzt erst mal plus 20% Bevölkerungswachstum und noch mal zwei Bevölkerung im Maximum. Und jetzt könnte man das Aquädukt bauen. Das bringt noch mal 10% Bevölkerungswachstum. Ist es das wert, als nächstes auszubauen? Die Bordelle bringen uns zwei Gold. Kostet 760. Wir haben aber langsam ein Problem mit der Nahrung. Ich bin halt im Überlegen, ob wir uns das leisten können, hier einen Slot zu verschwenden für Getreideanbau. Wir brauchen noch verschiedene andere Dinge. Die wichtig sind. Wir brauchen, und der Hafen ist absolut nötig für uns. Und wir bekommen über den Hafen halt auch noch Nahrung. Das heißt, ich glaube, ich spare lieber auf dem Hafen, um dann vielleicht auch den Piratenhafen zu machen. Also, das sollte irgendwie drin sein bei uns. Und die 10% Wachstum ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wert. Der Übungsplatz bringt uns hier nochmal ein Rekrut. Den brauchen wir im Moment nicht. Danach allerdings ist was Interessantes. Die Stadtwächter, die bringen Belagerungsverteidigung. Das kann man sehr, sehr gut gebrauchen. Wir werden belagert werden. Das ist klar. Okay, das heißt, wir sparen jetzt auf den Hafen. 950, beziehungsweise werden nebenbei immer den Blick haben, dass wir hier neue Trupps ausheben. Aber solange das nicht auf Maximum angewachsen ist, ist da nichts verloren, weil man das mit einem Klick machen kann. Das heißt, wenn wir angegriffen werden... Na gut, es gibt auch sowas wie Machtprojektion, glaube ich. Insofern sollte man vielleicht direkt mal so viel machen, wie man haben kann, um gleich der Außenwelt zu signalisieren, wir sind doch nicht so schwach, wie wir aussehen. Okay, gut. So, was wir aber jetzt nochmal gucken, diplomatisch. Politische Übersicht. Ob wir vielleicht jetzt schon heiraten können. So, nee, Prinz Pommern. Wir brauchen irgendwie... Ja, das ist doch kein wirkliches Ziel hier. Deutschland auch nicht. Wie sieht es aus bei den Schotten? Haben die sich jetzt alle schon verheiratet? Schaut mal. Verheiratet mit dem König von Schweden. Die waren schneller. Ich habe nicht schnell genug geschaut. Hier, Prinzessin Christina. Da müssten wir doch eigentlich anfragen können. Warum zeigt er mir das gestrichelt an? Audience. Oh, warte mal. Die haben einen Verteidigungspakt? Wird mir hier gar nicht angezeigt. Das wäre natürlich noch interessant, ne? Was haben die für einen Verteidigungspakt? Hier steht aber Pakte Null. Gut. Wir wollen eine Vermählung. König Stena. Mit Prinzessin Christina. Wir werden eurem Vorschlag nicht zustimmen, da wir gewarnt wurden. Ihr könntet arglistige Hintergedanken hegen und hoffen, unser Land eines Tages zu erben. Ist das wahr? Das ist nicht wahr. Daran denke ich gar nicht. Also bitte. Was ist denn das für ein Verteidigungspakt? Gegen Schweden. Oh. Wisst ihr, da sind wir dabei. Das sichert uns auch ein bisschen ab. Ich würde sagen, da machen wir mit. Fürs Erste können wir uns gut ohne eure Hilfe gegen Schweden verteidigen. Oh mein Gott. Das ist alles so frustrierend. So, aber das war gestrichelt. Und das heißt, es lohnt sich vielleicht doch nochmal bei den Gestrichelten zu gucken. Ne, aber hier ist alles nichts. Hab ich hier eine Jugendliche. Galicien-Volinien. Das ist schon ganz gut. Sie ist schon verheiratet. Prinzessin Peiris Lava. Ich werde meine Tochter nicht verheiraten, da ich fürchte, dass die Beziehungen unserer Königreich unter Erbschaftsstreitigkeiten leiden könnten, wenn ich nicht mehr bin. Ja. Unter den Voraussetzungen kann man ja niemals heiraten. Sie ist noch ein Kind. Tja, Leute. Schwierig, ne? Prinz Ricard. Auch nicht für uns geeignet. Dann, oh, was haben wir hier noch? Fürstin Maria. Lohnt sich vielleicht doch. Oh nein, wir in Novgorod verheiraten unsere Prinzessin niemals ins Ausland. Ich will nicht, dass mein Nachfolger... Na gut, so sei es. Also, auch da haben wir kein Glück. Also, auch da haben wir kein Glück. Vermutlich wird er sich jetzt irgendeine Landmadam aus Gotland suchen. So, jetzt kommt hier die nächste nordische Miliz. Oh, wir sind auch schon bei 900 und werden jetzt den Hafen bauen. Der uns nochmal zwei Nahrung gibt. Jeder kostet hier, glaube ich, einen Unterhalt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, so ist es. Unterhalt für Garnision fünf. Genau, das sind fünf Truppen. Okay, der Hafen ist da. Sehr schön. Preußen. Ey, kommt. Wir lehnen das ab. Wir greifen nicht Polen an. So, Wispy hat einen Hafen. Der bringt uns jetzt erstmal plus zwei noch und ein bisschen Handel. Und das können wir natürlich ausbauen. Allerdings ziemlich teuer, das Ganze. So, interessiert bin ich am Piratenhafen. Kostet uns 1.400. Wäre schon ganz gut. Und eigentlich, weil wir hier so viel, weil wir zwei Klöster haben, ist hier tatsächlich eine Kirche auch keine schlechte Investition, um schneller auf unsere Bücher zu kommen. Stichwort Bücher. Wir gucken mal. Infanterie-Taktiken. Oh, ja. Aber Verteidigung Infanterie und Speerkämpfer. Ich bin mir nicht sicher. Gelten diese Truppen als Infanterie-Truppen? Aha, ja, das ist eine gute Frage, ne? Leichte Infanterie, leichte Speerkämpfer. Nee, gelten sie nicht. Genau, das bezieht sich wahrscheinlich nur auf diese vier Truppentypen. Andererseits Verteidigungstrupp Widerstandskraft. Was ist denn ein Verteidigungstrupp Widerstandskraft? Wir werden natürlich irgendwann diese Einheiten haben. Schlachttaktiken. Das ist, glaube ich, sinnvoller jetzt. Truppverteidigung im Moment. Nehmen wir das. Ich bin nun begabter. Nehmen wir das als nächstes. Okay. Gut. Wenn wir den Handel weiter ausbauen, können wir auch, also wenn wir, glaube ich, 30 erreichen, können wir die vorhandenen Handelsrouten auch upgraden. Das würde uns dann auch ein bisschen mehr bringen. Hier 51 ist auch schon ganz gut. So, und das geht mir eigentlich hier ein bisschen zu langsam. Ist jetzt auch der Moment gekommen, wo wir ihn mal zu Waffen, zu den Waffen rufen. Ja, macht das mal, damit wir hier wieder Platz haben für neue Einberufungen. Weil wir sollten schon eine Full-Stack-Armee haben, um gegebenenfalls anzugreifen. Und das ist jetzt mal ein spannender Punkt. Wie sieht es denn hier aus? Die existieren zumindest noch. Sind offenbar am Krieg, aber scheinbar ist das so eine Art kalter Krieg. Tja. Gut, liebe Leute, wir haben die erste Folge überlebt. Wir haben eine kleine Armee, die muss noch wachsen, aber sie wächst langsam. Und die Frage ist, welches Reich, also sind wir, werden wir als erstes irgendwo einen Angriff machen? Oder wird als erstes irgendein Reich sein Auge auf uns werfen? Wir werden es vielleicht erleben in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwein.